Nein, willst du Wollof haben? Oh ihr hässlichen Fledermoll, hier sind vier Stück Sterbt Meinst du, da ist das mit dem Schreiben blöd, machst du eh, da kommt so ein Mist raus Ui, zwei, vier, fünf, sechs Creeper Ach Knall von hinten aus Nableset schafft drei Und treff noch nicht mehr Oh, einen hab ich schon mal Zwei Paste bin get Zack, du auch Guck mal auf, Skullin Ach man ey Alle weg Lass man die GP einsammeln Wollen immer gut gebrauchen Ja, vier, paste bin Get Die sind einfach zu viele Zombies ey Oder Creeper Manchmal ist das nervig, manchmal schießt du die Falle einfach ohne das, wenn du, trotzdem wenn du gedrückt hättest Lässt einfach los Oh, falsche Dateiordner CC, CRP, CRP Hey, Fledermoll, der nervt Ehrlich, hier Fledermolle nervt wirklich Oh, schon wieder mit der Creeper Oh, schon wieder mit der Creeper Das Schere funktioniert noch Ja, ja und schon wieder so ein Creeper da Ja, hier sind auch so viele Creeper Ich spawne irgendwie am meisten, ne Und, Connecting läuft Yay Oh, ja, beliebt sich immer Dass ich den nicht treffen kann Läuft Oh Schon wieder Creeper, okay Yeah Ich will nicht wissen wie viel unter mir grad gespawnt sind Läuft Oh Dass das wahrscheinlich viel zu doll Dunkel ist Viel zu doll ist Viel zu toll Was ist das? Boah, ihr Fledermolle, ne? Läuft Und die dann zu kehren ist voll schwer Ja, Fledermolle saß ich sowieso Muss nur komplett ausleichten wieder Dann verschwinden die ja irgendwann automatisch Ja Trotzdem nerven die Ich muss das immer die ganzen Ebenen reinziehen Mal jetzt frage ich nen Portal Gun Ich nehme einfach jetzt die hier, komm Jetzt gehen wir auch Schafe suchen Obwohl ich eigentlich liebend gern schlafen gehen würde Ja Mein Bett steht da Wo die ganzen Gegner unten sind Mach's platt, mach's platt, mach's platt Ich steh vorm Bett Ja Ich warte auf dich Hi Spinny Achja Naja, so viele sind das gar nicht Ich lieg Ok Neben mir sind die Skelette und schießen auf mich Egal Centus liegt im Bett Der Centus liegt im Bett Vom Weite, nein Nein, nein, ein knochiges Skelett Doch der Pfeil schießt daneben Der Centus Das Schwert aus der Hose heben Er bringt es um Er bringt es um Er bringt es um Er läuft um den Schädel herum Du bist so bescheuert, aber ehrlich Ist mir grad zu eingefallen Ja Nicht gut Fand es jetzt nicht gut, ne? Nein, nicht wirklich grad Ok Der Musik nervt doch grad nur voll Nicht Radar Neutrale Mobs an Oh Mal ein bisschen Leidern machen Ok, ich muss mit Komm, ich mach mal das Portal hin Schnaufe Schafe Schokoboos Schokoboos Schokobrot Aha Komm Schaf Geh mal hier Geh mal da durch Tschüss Ah, da sind ganz viele Schafe Ich seh sie Oh, ich hab keine Facken mehr Cool Tschüss Hexekelblume Ja Aber freut sich immer so eine Hexekelblume Ein Wunder Bambam 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 Schaf Gehst du wohl da rein? Weit nicht Schaf Da sind noch mehr Fehler wieder suchen Den hab ich wieder irgendwo in die Kiste Fehler, 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 Fehler Schaf 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 Wo sind die denn alle? Oder die Engines Da ist eins Und der Filler ist wo? Im Po? Da ist auch noch ein Sarf Warte mal, ich brauche hier ein Glasfaserkabel noch Äh, Flash, du bist doof Wie viel hab ich jetzt? Äh, zwei, vier, sechs, ne das reicht nicht Äh, tutu, 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 tutu Da brauche ich noch ein paar mehr Alles klar Ja Wir haben zwei Stunden, ne? Ja, ist gut Weiß Ja Der U läuft ja 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 Ha Zwei Stunden haben auf dem schon wieder voll Wir sind doch bekloppt Du Ach, das heißt ja bekloppt im Projekt Äh, 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 äh Weiß Und das portal ist weg Und dann? Weg Dann kommst du nicht mehr zurück Zumindest ohne GM Weil du kein GM hast, ne? Ja, hab ich aber Ja, hab ich aber Das ging doch, dass man nur ebenweise sitzen konnte, ne? Was? Also nur ne Fläche Ja, ein Strich Ich glaube, unten Markierung ist dafür Einfach unten ein paar Dinge einsetzen Oder oben Ich weiß es nicht, musst du gucken Mit dem Filler hab ich so viel So viel gemacht wie mit, äh, 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 ja Mit der Zucht von Pferden Ach so, gar nix Ja 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 Das sagt er auch noch Ja Jajajajaj Jajajaj Betman Jo die Schafnir werden alle geschehen. Schnipp! 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 Der hat nen Schaden. Was läuft? Hier schon Wolle drinne. Da ist schon Wolle drinne. Da ist Wolle drinne, genau. Schnipp! 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 Boah ey, alles war der Federmoll beschubt. Alles klar, er schnippelt. Die schnippeln! Yay! Yay, cool. Du bist schlecht. Und warum? Einfach nur darum. Nein. Melonen laufen auch. Nice. Ich freut, dass fast alles läuft. Schlecht, ehrlich. Nein. Doch. Das spiel ich nicht. Doch. Nächstes. Achso, ich müsste mich in meinem Keller umschauen, wie weit das Netaquartz Zeug ist. Ja? Netaquartz. Zwei, drei, vier. Okay. Okay. Fertig. Jetzt muss ich hier umbauen hier. Boah ey. Ups. Und Stack Whetstone. Wär ich doch bestimmt noch irgendwo haben. Wär ich doch bestimmt noch irgendwo haben. Wär ich doch bestimmt noch irgendwo haben. Wär ich doch hier grad richtig, oder? Wär ich doch. Eigentlich nicht. Wär ich doch noch mal runterspülen. Ja. 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 Ach ja. Du bist doof. Nein. Doch. Nip. 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 Nip, 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 nip. So. das komische florid machen hier riecht florix 2 das habe ich genau jetzt bräuchte noch eisen eisen tust du nicht verweisen 1 2 3 4 ich habe genug eisen fast eine ganz komplette diakiste noch es ist gut daran ja ich war eigentlich so ein bisschen bislang du bist ja ich weiß nicht wie man dich beschreiben soll die kiste ist auch schon vereins hier ein nein die kisten werden immer voller wieder alles wieder zu um die die das nicht mehr das bräuchte nicht mehr hier der er wird die 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 einsteck eisen die klar ist klar Bist du bescheuert? Nein! Doch! 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 Nein! Doch! Jetzt bisch! Glas! 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 1! 2! 3! Oh, da hab ich auch noch Glas! 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 Glas Glas! Vielleicht der Glasgläser fängt an zu ripsen! Verdammt, ich dachte du hättest das jetzt überhört! Nö! Bamm! Wollte zu viel Scheiße gesagt ab dem? Ja! 1, 2, 3... Ich dachte so du überhörst das jetzt einfach mal! Na gut, dann machen wir so ne Decke dazwischen! Auch egal! Warum stimmt eigentlich nicht so viel Minecraft? Weißer nicht! 1... Oh! Ich glaube ich mach dieses System ein bisschen kleiner! Ja, ist mir doch ein bisschen zu groß geraten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Warum sechs Ebenen sind das? Passt schon. Ich kann aber überlegen bin, wenn ich die beiden sitze. Die beiden sind vier. Das reicht eigentlich. Wenn man das zu groß macht, oder? Hörst du das? Ja, ich hör das. Ist doch nicht nervig. Cool. Mach ich weiter. Nerf an deinen Zähnen rumzuspielen. Ey, du Arsch. Centos, lass das sein. Aber das nervt. Ist mir keine Redstone-Baggerin dabei. Toll. Bist nervig. War ich nicht. Ich muss das System leider einschränken. Ist mir doch zu groß geworden. Ich bin doch zu groß geworden. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht mal vier sind 32 CPUs. Boah, wo sind denn jetzt die Redstone-Facke? Was? Ach klar. Das kostet ja unten. Ja, kostet ja unten. Nö, kostet auch nix. Da hast du recht. Kostet echt nix. Boah. Nein. Kostet überhaupt nix hier das Zeug. Hast nix gehört, ne? Nein. Gut. Ist doch besser so, glaube ich. Findest du? Ja, manchmal ist es besser so. Ach, da war es noch klar. Wenn ich nix höre. Gut, brabe Junge. Na, jetzt hab ich alles aufgenommen, verdammt. Aha. Es ist nicht möglich, dass du so viel bist. Das geht jetzt. Durp, durp, durp. Durp, durp. Ich hab einen Schaden. Woodstone und einen Diamanten, okay. Ich brauch nur 32 davon. 324. Dürp, dürp. Du hast n' Tü-tü. Du ziehst n' Tü-tü an. Ein Tü-tü hast du an, na stimmt. A'n Tü-tü. A'n Tü-tü? A'n Tü-tü. B. Ja, Stichnuch. Leute können nix sehen Weil es so dunkel bei dir ist... Das war's grad wirklich Boah ich grad... Die Verkabelung noch umgelöst hat Sag nix